Ein Hundezahn? Hallo Ich kann kein Papyrus aufnehmen lol Hallo Spreng der erst mal auf Ähm Auf die Vögel Ne Paarmflöte Ich brauch doch nur ein Flint wieder Oder sie tut ja auch noch nicht mal was Nee, nur wenn du enttackst Noch eins Ah das Fleisch Danke Skelettau Eine Möhre Ich glaub ich sterb gleich Du hast nichts zu essen? Nein Nein Keine Grasbüsche Du kannst dir keine Fackel bauen? Ja Ach nö, wo bist du denn? Weit unten Ich seh aber schon welche Ja du hast ja noch bisschen Zeit Ja Hier sind ganz schön viele Welche diese Was sperren Ja dann kannst du gleich ein Gebiet da durch Ja das ist auch ein anderes Gebiet Ja Habe nicht Wababang Guck mal Ist das hier ein Stopfen? Ja Wababababa 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 Doch Wir haben immer noch keine Flints gefunden Hey das ist mir Centus du hast den Server geliftet ne? Ich weiß nie was er Centus? Sehr ruhig Was jetzt schon wieder? Nicht doch nicht, keine Ahnung Magst du den Server nicht oder so? Vielleicht war der Spinner drüben Diablo zockt Oh Boah Er war auch ein Ping von 129 Oh Dann sagt er soll Diablo für ne Stunde aufhören Macht er nicht Muss er Din 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 Nein Güte ey Ich hab das eben schon gemerkt weil das waren für ihn zu lecken Centus heißt join the server Waaay Elter fott der Flash Nein Frass doch meine Bären Alter Ernsthaft zu wenig Flints hier oder wat? Ja aber richtig wenig Ich find keine Ich find auch keiner Boah du bist so behindert Ne warum denn? Ich hab nix eingestellt ich hab alles default gelassen Ja Doch das braucht man nicht Dann haben wir wahrscheinlich Weil wir generieren hängelkriegt Dass das so wenig ist Und Nacht Gott sei'n hab ich ne Fackel Hä? Gott sei'n hab ich ne Fackel Gott sei'n hab ich ne Fackel Dürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürürür Sollen wir neu anfangen? Geil, wenn ich rote Pizza esse, geht auch Hunger hoch, aber... Ah, ist dunkel, hier ist Ewe. Sollen wir neu anfangen? Nein. Okay. Boah, die Facke war eben leer. Scheiß. Okay, wenn du stirbst, dann ist das nicht mein Problem. Aua. Ich bin gar nicht dazu geübe, wenn ich an den hier ran. Dit 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 dit. Hier war ich schon. LOL. Nein, ich sterbe! Wieso? Schnell ne Fackel bauen. Genau das gleiche Problem, was ich eben auch hatte. Dit 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 dit. Ich bin einfach bei Glühwürmchen drunter gerannt ins Licht. Hilft dir auch. Ne, hab ich noch nicht mehr in der Nähe hier. Ich hab hier ganz viele Steine in der Nähe, aber keine Flim. Aber dafür verschwinden die ganz schön schnell wieder. Hier Glühwürmchen. Boah, ey. Muss mir jetzt die ganze Map auf so absucht haben? Ja klar, bis wir welche gefunden haben. Vielleicht schon im Generieren scheiße gebaut. Ne 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 ne. Ich hab nur Default eingestellt. Aber die neue Mucke dazu ist echt geil. Schon viel besser als. Nix. Wenn du kaum Musik hörst. Dit 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 dit. Dit 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 dit. Ja, hab schon wieder ein Knall. Sorry Emma, ist ja nix neues. Oh, hier sind Spinnen. Nice. 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 In der Hohen. Ich will doch nur einen Flint. Ne. Halt ja viele Tage, wo du schon verschwindet. Keine Ahnung, zwei Tage. Ja. Wunderart. Du 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 so muss ich irgendwas fressen meine güte ja noch ein flint anschlag hier war doch gerade irgendwo ein wurm noch da was werden eigentlich machen ja ich bin im gebiet gekommen wo ganz viel flint ist ich habe also mülleimer bei mir ach nee dass der schmeißt mir das auf die andere seite ich kann sie sehen wo ich auf der karte bin und ich bin am asch der feld da oben ich sehe das doch gar nicht weißt du doch noch muss rauszoomen und das icon sie ist auf der karte du bist ganz ganz unten rechts ich bin oben links richtig gar nicht auch schon wieder dunkel ich habe neuen flints wie viele steine und flints sind nice ich glaube hier oben wohne ich und lass dich da unten verrotten mhm dann zwieg mal mhm was denn einschalten ne oder verkaufen glaube nicht so wie viel flint vierzehn fünffzehn dann flasch ich bin bescheuert ich kann mir schon so ein riesenfeuer bauen uhuhuhu 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 oh ist gold frackesicht uh kann ich mir nicht so ein backpack bauen oh ne da brauche ich diese komische marsch nur weil wir auch komischerweise die startkiste die wir nicht hatten ja und das was ich gefunden hab ah flint fricking aber kein flint ne nö jetzt mach ich mir schon mal so ne science maschine baust du doch nicht da oben jetzt klar aber hier oben ne sicher was sonst ja ich kann noch neuer bauen ich brauche doch nur nen rucksack rucksack damit ich mal ein bisschen einlagern kann dann kann ich mehr stein mitbringen oder so ja oh handy was möchtest du von mir danke dass du aufgeladen bist das möchte mein handy nicht so darf das spiel laufen jetzt sein ist gestorben wir haben viel zu viele spinnen gerade gefunden viel zu viele wenn gleich der tag tag der tag anbricht kommst du dann zum lager oder gehst jetzt schon zum lager renn hierbei noch rum und guck erstmal gucken was ich hier noch so finde vielleicht finde ich halt auch noch flint und du vielleicht hier oben kann ich auch noch ein dickes feuer hinsetzen was kostet denn zwei loks und zwölf stein okay die habe ich was du dick bist wirst mir der linksschirm geht ja echt kaputt ja klar geht er kaputt habe ich ja gesagt hört er wieder nicht auf mich gar nicht